Anfang Juni soll das 9-Euro-Ticket kommen. Lohnt sich der Umstieg auf Busse und Bahnen für die Menschen in der Region Osnabrück? Das erfährst du im Schwerpunkt des Audiosnack. Was sonst noch wichtig ist? Wenige Tage nach Beginn der Maiwoche in Osnabrück zieht der Betreiber des Bierbrunnens, Heinz Dirker, ein positives Zwischenfazit. Der Ansturm auf seine Theke sei vergleichbar mit Vor-Corona-Zeiten, vor allem dank des guten Wetters. Zwar habe er die Preise für Bier und Bowle im Vergleich zur letzten Maiwoche im Jahr 2019 anheben müssen. Beides kostet bei ihm jetzt 4 Euro. Aber die Leute seien gut drauf, es gebe keinen Ärger wegen der Preise. Ebenfalls stark verändert durch die Pandemie hat sich Dirkers Thekenmannschaft. Etwa 40% des ursprünglichen Personals sei ihm abhandengekommen. Polizei und Feuerwehr wurden am Sonntagabend gegen 22.10 Uhr zu einem Brand in den Osnabrücker Stadtteil Sonnenhügel gerufen. In einem Waldstück am Gertrudenberg in Nähe der Straße, Terrasse, hatten Grünabfall sowie kleine Bäume Feuer gefangen. Der Brand drohte, sich weiter auszubreiten. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Gebäude oder Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ursache des Feuers ist noch ungeklärt. Zum Schwerpunkt Eigentlich ist die Frage ganz einfach, wie weit kommt man mit den 9 Euro, die das bundesweit gültige Nahverkehrsmonatsticket kosten wird, eigentlich mit dem Auto. Wir haben für die Region Osnabrück nachgerechnet, mit den aktuell hohen Spritpreisen bekäme man für einen Diesel für den Gegenwert eines 9 Euro Tickets im Schnitt rund 4,4 Liter Treibstoff, gerade mal genug für etwa 63 Kilometer. Bei Super wäre es sogar nur genug Benzin für 56 Kilometer. Mit den durchschnittlich 21 Arbeitstagen im Monat reicht der Treibstoff im Gegenwert eines 9 Euro Tickets also gerade mal für 2,6 Kilometer bei Benzinern und bis 3 Kilometer bei Dieselfahrzeugen. Wenn also mehr als 1,5 Kilometer zwischen Wohn- und Arbeitsort liegen, lohnt sich das 9 Euro Ticket nicht nur ökologisch, sondern auch finanziell auf jeden Fall. Wobei, 1,5 Kilometer zwischen Wohn- und Arbeitsort, das ist eine Entfernung, die man ohnehin gut mit dem Fahrrad bewältigen kann. Die Krux an der Sache ist, bei etlichen Kombinationen aus Wohn- und Arbeitsort, gerade auf dem Land, bleibt das Auto eine zwar zunehmend teurere, aber doch deutlich bequemere Alternative, weil der ÖPNV gerade dort in vielen Fällen sehr schwach ausgebaut ist. Wer jetzt schon Busse und Bahnen benutzt, freut sich, dass er mit dem neuen Ticket für 3 Monate deutlich günstiger fahren kann und so teilweise mehrere 100 Euro spart. Wer weiter auf das Auto setzt, weil die Fahrten mit dem Bus zu lange dauern oder es gar keine passende Verbindung gibt, hat zunächst nichts davon. Doch bietet es vielleicht den Anreiz, das für sich nun tatsächlich zu prüfen? Das waren die wichtigsten Nachrichten aus deiner Region, Stand 16.30 Uhr.